Okay, das sieht noch Bossraum aus. Es wird bestimmt noch ein Bossraum. Ich meine, das ist die riesige Halle überhaupt, das ist das typischste D&D-Raumverhältnis, das man haben kann hier. Also wenn hier kein Boss ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, wusste ich doch. Cutscene. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob wir ihm Schaden zufügen können oder nicht. Er scheint blind zu sein. Können wir vielleicht nutzen. Ich habe mich aber schrecklich. Ich mache einen Rundumangriff. Aha. Aha. Hm. Er ist blind. Ich müsste es doch irgendwie nutzen können. Blind. 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 Alt. er wusste für einen kurzen moment wo ich bin okay okay ich kann die vasen hier verwenden um geräusche zu machen oh es ist gruselig ich mache kaum schaden bei dem alten hier geht es noch hoch vielleicht ist da etwas wichtiges heiliger pfeil ich habe alles für eine armbrust ausgegeben das funktioniert nicht er muss mich nur einmal erwischen ohne dass ich abwehre und schon bin ich tot wahrscheinlichkeit dass ich das jetzt schaffe ist sehr gering bei dem schaden den ich outputte gerade aber er wird mich erstmal nicht treffen sei denn er weiß genau wo ich bin such mal dasselbe spiel wie vorhin mit dem leichten armbrust 24 schaden weiß er dann sofort wo ich bin ja ok er weiß sofort wo ich bin dann was no ok verkackt